die 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 ich glaube ja beim schleichen gibt es kein terrorradius michael hat sowieso kein terrorradius fällt mir gerade ein so love wo seid ihr denn hin meine kleine antwortet mir wo seid ihr hin ich will euch heute Abend zum Frühstück ein 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 Was ist das? noch bei diabolik 3 das kommt leute kommt und holt sie aus dem verließ und hört auf meine generatoren zu machen ich hab dich da hinten gesehen doch ich kann das verließ hier nicht alleine lassen denn dann wird sie entkommen und das wäre nicht so schön wenn mir jemand entkommt schrei nur schrei nur das ist musik für meine ohren nur wo ist jetzt ein retter hin ich möchte auch sein blut haben es etwa schon wieder im keller oder wo ist er hin ich habe honger da ist ja einer hallo junger Mann du wirst ihn niemals da rausgekommen gucke mal du wirst nicht in den Keller kommen sondern an meinen Grillpienchenhaken drankommen du hast meinen Generator repariert das finde ich nicht so nett das finde ich überhaupt nicht nett was ihr macht das ist überhaupt nicht nett was ihr hier abzieht das mag der Michael gar nicht wo ist denn der junge Mann jetzt hin hier tut sich doch was hallo junge Frau sie kommen an meinem Haken dran wie praktisch hier ist gleich einer und das Gerät hier das macht wir kaputt hallo wen haben wir denn da hallo hallo das ist aber nicht hier 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 sind hier Ich hab da doch krassen bösen Bogen gesehen. Da hin. Hm. Da ist der Zweite gestorben. Oh. Komm her. Wo bist du hin? Wo willst du hin? Lass den Generator heilen. Das ist meiner. Er hat dir nix getan. Er soll nicht repariert werden. Hier bleibt alles so, wie es ist. Hahaha. Hahaha. Jetzt gilt es, die böse Ausgangsluke zu finden. Bevor es jemand anders tut, der da reinfällt und sich den Knöchel wehtut. Wo haben wir denn? Oh, die Lucke wurde leider schon gefunden. Oh, das war eine sehr schöne Runde. Sehr schöne Runde. Eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Runde. Dies, meine Damen und Herren, werde ich raussteilen. Und da die Runde so viel Spaß gemacht hat, werde ich noch eine weitere Runde mit Maike Meier spielen. Eine sehr gute Runde.